ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich rutsche nach unten, kann das sein? Okay, hast du's, hast du's, hast du's, komm Ich hol grad noch, ja, ich bin grad 200k Oh Leute, das hab ich, nein, ich will nicht, eins, ich will nicht den Basie nehmen 200k Oh, da kommt einer mit dem Tankauto Okay, hab ihn zerstört, geil Das sah geil aus Haha, sehr, sehr geil So, ich bringe Maximum Cash, da mal Komm zu mir, komm zu mir, ich bin hier Bist du drin? Nein, da ist einer drin, verdammt Jan, hinter dir, hinter dir Oh, ist hinter mir Oh, ich hab einen überfahren, ich hab einen überfahren Dann sag mir, dass du aussteigen Der hat aber auch Klopp, Maximum Cash Jan, renn schon mal los, ich komm gleich wieder Ah, okay, ich renne Kann ich den Bus nehmen? Nein, gleich nicht Verdammt, 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 das ist ein Feind Nein, ich bin tot, die sind welche, die sind welche bei uns Ja, wer ist Eine Frage, wer von denen hat C4 Ballistic Shield, nein Ich hätte gern Mechanik, kann der das vielleicht? Kann der das vielleicht? Oh, es gibt ja keinen C4 oder was Gibt's eigentlich keinen, oder ist der Professional? Ach, komm, auf der anderen Seite stand der Aber ich hab das Geld, ich glaub das Geld hingebracht Sehr geil Gasmask Zipline Soll ich mir mal eine Zipline kaufen? Ich bin Erster Ja, ich nehm mal die Zipline Also, man ist noch gar nicht da Dann nehm ich mir mal Mobile Command Post, nein Motorrad Squad Car Warte, ich probier mal das aus Ich sag mal, also mir gefällt das Setting von BF Hardline mehr als von BF 4 Das Setting finde ich auch besser, aber es ist einfach, weißt du, warum es so schnell auf den Markt gekommen ist? Was? Die haben Battlefield 4 genommen Einfach anderes Setting draus gemacht, bisschen das Layout geändert und ansonsten ist Battlefield Hardline Exact Battlefield 4 Ja, natürlich Jan, hol ein Auto, hol ein Auto, oder bist du tot? Ich hab ein Auto Okay, warte, ich hab gleich Maximum Cash Ja, warte, ich muss hier gerade rauskommen Okay, Mensch Ich ploppe mich alle weg Ich geh nach unten, weil von hinten kommt ein Auto Ja, ich bin unten Ich bin unten, sehr gut Okay, warte, ich komm Welche Seite unten? Ah, warte mal kurz Ich bin auf der Seite, ich bin, ah Auf der Seite unten, wo du gerade eben noch standest mit dem Dingenswoteln überfahren hast Da, genau, da bin ich Da, sag mal, hier, 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 eh Ja, ich bin drückt Ah, gibt Gas Ja, ich muss Das Ding ist festgehangen Junge, da retten Polizisten Da retten Schurke Und die killen sich nicht gegenseitig Nein Naja, find's umständlich Vielleicht bist du halt ein bisschen blind Ja, blindfisch, aber echt Sorry, dass ich sagen muss Kein Sport-Helikopter Es ist halt so Es gibt Leute, die sind einfach blind Oh, ich bin Na, geschützt Ich kriege den Jobber runter Oh, ich muss den Jobber runter Oh, ich muss den Jobber runter Nein Oh, verdammt, zieh hoch, Mann, zieh hoch Wir sind beim, äh, feindlichen Vault Ah, sind ja gut Enemy Vault 100 Cash 100 Car Cash Ja, okay No, 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 da steht einer Enemy Vault ist leer Ja, und ich bin weggemacht worden Ich habe eine Erfahrung Roadkill ist hier in dem Spiel sehr, sehr viel geiler Oh, da ist einer Oh, what the fool Poo, you Alter Okay, da ist er mit dem Tank hinter mir gefangen Kein Wunder, dass ich tot bin Oh Gott Okay, ich nehme wieder den normalen Den Operator Spotcar, deploy Ich will mal wissen, wie das alles auf Deutsch nennen Wahrscheinlich nicht viel anders Oh, ich weiß nicht Ah Oh, Walt is being raided No, it is Ah, von wo Ach, komm, ey Wie hat er jetzt auf das Ding gewechselt Oh, ich habe ganz viel Money, ganz viel Money Ich habe Maximum Cash Keyboard Äh Was, ich carry nur 200k Ich habe 50 Killassist, nice Warte, ich weiß nicht, ob ich den Blenden Wo kann, wo kann man das Ding von Nahkampf einstellen Kannst du nicht einstellen Wie, das, was für Ding für Nahkampf Ja, halt Nahkampf Verdammte Scheiße Miliatek F, genau Ich habe es auf E Ich habe es jetzt auf Maus 2 Auf Maus 2 Ja, das ist, ähm, mittlere Maustaste Das ist Maus 3 Nein, hier steht Maus 2 Maus 2 ist aber Es gibt RMT, LMT Und dann hat Maus 1 und 2 Keine Ahnung, wie das Ding Okay Okay, krass Mal kurz jetzt gucken wir mal Kommen, ähm Wo mache ich das mit Ähm Scope Steady Scope L-Shift, nein danke Okay Okay, Skate Cancel Haube ich das mit der Zoom RMB Red Maus Button, ja Wo kann, wo kann ich das hier einstellen? Ich finde gerade wie immer, ich finde gerade wie immer, ich finde gerade wie Erwischt man Ich bin bei dir Ach komm ey, von oben Ach komm ey Wo ist der oben? Das ist, das ist, das ist oben bei dem Eingang Die kämen alle bei dem Eingang Null, der hat mich, der, Null, der hat mich Ah, ha, ha Du musst, Null Ähm, guck dir mal bei mir dann den Nahkampfangriff an, den er bei mir gerade gemacht hat Der ist richtig gefällt Der ist richtig gefällt Wer are you? Are you there? Ah, okay, great Let's steal money From the enemy Okay, also Ja, mach das, ich fahr die Karusse Okay, pick up cash Bleib da oben liegen Bleib da oben liegen Braves Auto geht auch noch nicht Okay, ich hab Maximum Cash, wo bist du, wo bist du? Ich bin hier hin, draußen, draußen, draußen Andere Seite, sag mal Okay, see you Amen Power switch Gollos Power switch Hör auf, das bitte, das wissen die doch, dass wir das sind dann Null, wie du fährst, ist so lustig Da sind welche drin, sag mal Ja, ich weiß Oh Gott, so Ah, wie ist das alles oben? Hab den ein, hab ein, hab ein Da oben ist ein, ah, sehr gut Das ist Sag mal, dann, lauf I'm running, I'm the running man Oh, jawohl Sag mal, hier Get in Äh, get out Da I'm trying Äh, jetzt mach doch, du Scheißkarre, ey Oh, ich hab wieder die Gewinner massiv Wie du? Wir brauchen noch Sechs Hundert Sechs Hundert Oh, da war ein gegnerischer Fetter Auto So, sag mal Lauf du schon mal hoch, ich pack die Karre schon mal safe Jo Hoch Okay, dann halte ich hoch Okay, sag mal, ich stehe an der Seite Ja, ich seh's Das soll sich beeilen, man Das soll sich beeilen Je mehr Leute dran stehen, desto Drei Hundert K So Vierhundert K Komm schon, einmal noch, einmal noch Aber wir haben schon fünf Okay, gut, passt We did it We did it We did it Oh yeah Mir sollt immer so gezielt vorgehen Ja Also bei dem Modus ist das relativ geil Ja Ich frag mich, was da noch alles für geile Modi kommt Ich bin immer noch Level 3 Ich bin immer noch Level 4 Okay, danke schon fürs Zuschauen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss